Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen heute hier auf dem Kanal des Kryptomagazins. Wir sprechen heute über den Bitcoin-Crash, was ist passiert, wie stark ist Bitcoin gefallen und was für Gründe hat es. In diesem Kanal erfährst du so ein bisschen meine Perspektive auf den Crash und wie ich die Sache bewerte, was für Indikatoren oder was für Informationen ich sonst so ansetze, um das zu bewerten und auch ein bisschen einen Ausblick dafür, wie ich die Sache langfristig sehe. Aber lasst uns direkt kurz in den Chart rüber wechseln, um mit euch kurz die Situation zu besprechen, die eingetreten ist. Und zwar ist hier Folgendes passiert, wir können hier mal messen, wie weit der Bitcoin gefallen ist, gestern an einem Tag und zwar von 39.826 runter auf 35.478 und es entspricht einem Kurseinbruch von, ja kurz, wie viel ist denn das hier, ausgehend von der Position 10,92%. Ist seitdem wieder hochgegangen auf 36.481, aber wir hatten schon einen heftigen Crash von knapp 4.000 Dollar. Heftig. Und was wir sehen ist aber, dass wir hier auf der Tagesebene, kann man es noch nicht sehen, aber wir gehen kurz auf die Stunde rüber, dann sieht man hier, das ist schon etwas, das man als Boden bezeichnen kann. Das heißt, hier hat sich auf jeden Fall eine Art Unterstützung gebildet, aber erstmal grundsätzlich, was ist passiert? Die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, hat den Zins um 0,5% erhöht. Ja, die Amerikaner sprechen immer von 50 Punkten und das ist sozusagen erstmal so eine Art defensive, langsame Entwicklung. Viele hatten mit mehr gerechnet, manche hatten natürlich auch damit gehofft, dass gar nichts passiert, aber da ist der Markt natürlich ein bisschen weiter als die normalen Anleger, sage ich mal, oder als die Leute, die Prognosen geben. Ein Markt, das ist wichtig zu verstehen, preist solche Sachen immer schon ein und es ist nicht so, dass es mit 0,5% damit erledigt ist, sondern voraussichtlich, das sagen viele Analysten, sagt auch ein Analyst auf CNBC, voraussichtlich könnte der Zins um weitere 50 Punkte, also um weitere 0,5% ab September erhöht werden, wenn das Problem der Inflation nicht gelöst ist. Also grundsätzlich, was ist das Problem? Die Problematik ist, die Inflation ist gestiegen. Warum? Man hat wahnsinnig viel Geld gedruckt die letzten Monate aufgrund dieser ganzen Corona-Krise. Gleichzeitig ist aber so, und das treibt vor allem die Inflation an, wir haben in China gerade das Problem, dass viele, viele Schiffe quasi nicht andocken, nicht an die Häfen gehen, weil China eine extreme Corona-Politik fährt. Tausende von Schiffen stehen auf dem Meer und können nicht abladen. Es führt zu Lieferengpässen in Produktionen und bei Verbrauchern, bei wichtigen Ressourcen, die für die Produktion von Gütern notwendig sind. Und das führt wiederum dazu, dass eben Preise steigen. Und ja, das ist halt das Problem. Und die Inflation, die nimmt zu. Und das heißt, Verbraucher, die brauchen Nahrungsmittel, wird teurer. Wenn die Spritpreise oder die Gaspreise steigen, dann wird Logistik teurer. Das heißt, auch andere Lebensmittel und Güter werden teurer. Und klar, wenn die Rohstoffe fehlen, wird auch alles teurer. Aber wir sehen das ja gerade in der Baubranche, vor allem schon seit Monaten, dass Holz ausgeht und Dämmmaterial und Steine. Aber Steine halt nicht, weil es nicht genug Steine gibt, sondern weil halt die Logistik so teuer ist. Sprit ist teuer. Und ja, das ist ein weltweites Problem. Wir haben das vor allem in den USA gerade. Und deshalb haben die eben auch diese, in Deutschland haben wir es auch, aber die haben eben die Leitzinsen erhöht. Und das ist sozusagen der Punkt. Der Markt preist aber, und es ist wichtig zu verstehen, die 0,5 Prozent, die kamen, plus die 0,5 Prozent im September, plus, und jetzt ist wichtig, plus vielleicht noch viel schlimmere Zinserhöhungen, werden jetzt schon in der Regel eingepreist. Das heißt, oft ist es so, dass die Analysten sagen, ja gut, 0,5 haben sie jetzt angesagt, 0,5 kommt noch im September. Ja, dann werden wir mal sehen, dann werden wir wahrscheinlich nochmal 0,5 kriegen oder 1 Prozent oder 2 gehen nochmal hoch, wenn es jetzt bis nächstes Jahr nicht besser wird. Und langfristige Investmentfonds oder Investoren müssen eben eben nicht nur gucken, wie ist nächsten Monat oder bis September, sondern wie ist die nächsten drei Jahre. Und da ist die Stimmung halt sehr negativ. Wir haben jetzt hier als Vergleich mal kurz den S&P 500. Das ist der Börsenindex für die 500 größten Unternehmen in den USA. Und das ist sehr interessant. Der ist seit gestern massiv gestiegen hier. Und gut, er ist auch gefallen, klar, Angst, Corona, Krieg, alles, ja, das hat alles dazu geführt, dass die da gefallen ist. Aber gucken wir mal hier, genau, sehen wir Fünfter, Vierter, Fünfter, so, und jetzt erholt sich das Ganze langsam wieder. Also wir waren am, gucken wir mal hier, am 4. Mai, 4. Mai, 5. Mai, so. Und dann sind wir gefallen und der ist gefallen und jetzt auch hier kleine Korrektur nach oben. Das heißt, auch hier sehen wir S&P 500, auch die Märkte hier sehr, sehr unruhig. Gucken wir auch mal hier die letzten fünf Tage an. Auch hier am 4. Mai schon eingepreist. Die wahrscheinliche Zinserhöhung wurde quasi hier schon eingepreist, ist dann gefallen. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen so eine Bodenbildung. Hoffen wir mal, dass das sich erst mal ein bisschen beruhigt und dass die Märkte das eingepreist haben, im Sinne von, dass es jetzt auch mal wieder hochgehen kann ein bisschen oder sich zumindest stabilisiert. Was sehe ich jetzt beim Bitcoin? Beim Bitcoin ist es so, was ich immer gerne mache, ist bei Bitfinex, ich schaue auf die Shorts. Das sind quasi Kontrakte, Short-Positionen auf Bitfinex, die uns zeigen, wie viele Wahle wetten gerade gegen den Markt. Und man müsste jetzt eigentlich nach der Zinserhöhung meinen, so ja, da müsste jetzt richtig viel Druck gegen den Markt sein. Bitcoin wird ja massiv unter Druck setzt. Nee, eigentlich nicht. Man sieht, es gibt kaum Short-Kontrakte. Also die großen Wahle wetten gar nicht gegen den Bitcoin. Im Gegenteil, man kann davon ausgehen, dass jetzt viele Wahle akkumulieren. Luna hat erneut Bitcoin gekauft in großer Menge und das sagt mir, also aus meiner Sicht, jetzt rein analytisch betrachtet, von den wenigen Daten, die ich jetzt erst mal hier geöffnet habe, dass ich glaube, dass wir hier erst mal eine erste Bodenbildung haben. Natürlich, verlasst euch bitte nicht auf meine Perspektive, sondern findet erst mal eine eigene. Natürlich recherchiert andere Kanäle noch aus, die sowas angucken. Das heißt, ich sehe jetzt hier erst mal einen Boden. Deswegen, wie weit kann es runtergehen? Ich will keine Chart-Analyse machen mit diesem Kanal mehr. Ich will nur zeigen, hier haben wir jetzt mal eine Bodenbildung. Ich würde, wenn ich anfangen würde, in Bitcoin zu investieren, mir jetzt mal anfangen, so kleine Portionchen langsam zu akkumulieren. Wer schon in Bitcoin ist, ich würde keinen Panikverkauf machen. Also ich würde es nicht machen. Jeder muss das selber entscheiden. Ich würde überlegen, so wie kann ich jetzt eben noch ein bisschen akkumulieren, dazu kaufen und was könnte ich noch machen? Und vielleicht im Altcoin-Segment? Welche Coins haben extrem stark verloren? Wenn der Bitcoin so stark fällt, dampen oft Altcoins, deren Projekte trotzdem top sind und wo auch der Use Case da ist. Und das kann man dann als günstigen Einstieg nutzen aus US-Dollarpreissicht, weil einfach viele Altcoins am Bitcoin hängen. Genau. Das wäre sozusagen meine Strategie in der Sicht. Genau. Sag uns mal bitte deine Idee, deine Perspektive und deine Ansicht vom Markt unter diesem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier ein bisschen Feedback geben würdest. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast oder geliked hast, freue ich mich, wenn du das tust. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Euer Alex. Bis dann. Oder? Gäst dir.